Der Dymo XTL 300 wurde entwickelt, um das Erstellen von Etiketten zu vereinfachen. Neben der benutzerfreundlichen, vom Computer vertrauten Querztastatur erlaubt eine Reihe von Funktionstasten den schnellen Zugriff auf die Funktionen des Etikettendruckers. Die Ein-Aus-, Drucken- und Home-Tasten sind oben auf dem Etikettendrucker leicht zugänglich. Über die Tastatur können Sie den Text ganz leicht drehen und ausrichten, die Textgröße und den Textstil ändern, Symbole einfügen, vergrößern, verkleinern, drucken, die Feststelltaste nutzen, Favoriten hinzufügen und Ihre Etiketten für einen leichten Zugriff für spätere Nutzung speichern.